Der teuerste Hamster der Welt. Du willst mich doch im Shake trinken, Jungen. Wie kann man für eine Hausrate einfach 30.000 Euro aufgeben? Mr. Two. Gesundheit. Nein, der Hamster heißt Mr. Two und nicht Hausraten. Von mir aus kann der auch Hamtaro oder Mr. Jingles reißen, aber doch nicht für den Preis. Was hat er denn gemacht? Was hat er gemacht? Der eigene Serie, kann der singen? Was, was kann der denn? Mr. Two hat ein außergewöhnliches Farbmuster auf dem Feld. Ich drehe doch am Rad. Ein Muster, was denn für ein Muster? Karo, Marmor, Optik, kann der Glitzer... Also langsam hab ich die Backen voll von deinen Hamster-Fisch-Fisch-Fisch-Fisch. Junge, nimm den Hamster aus dem Mund, wenn du mit mir redest. Vorsitzung, der ist einfach reingekrappelt. Genau, du Kannibalen-Kannickel. Der Katze ist auch der Goldfisch in den Mund gesprungen und der gestreifte Hintern von Marty ist zufällig zwischen Alex Zähne galoppiert. Wusstest du eigentlich, dass Hamster Einzelgänger sind? Oh, ich habe die kleinen Viecher immer zusammengehalten. Die Stärkeren greifen dich.